Alter, jetzt bewegt euch mal nicht so viel. Oh, was? Ich glaube, die kommen gleich alle hier rein, oder? Ich muss schnell mal alles hier durchsuchen. Ach, wie cool. Munition, ja, kann ich gerade nichts mitnehmen, nicht wirklich, ne? Das ist gerade so ein bisschen mein Problem. So, ich sollte mal eben schnell noch alles durchsuchen und dann wieder rausgehen. Das wäre das Beste. Ich denke, das wird so die meiste Zeit im Spiel hier fressen, dass ich hier meist so Blut in Suche und finde und so. Ist hier noch was? Nee, aber eine Horde Leute. Sind die hier drinnen? Die sind hier drinnen! Ich wollte hier gerade raus. Geh doch weg hier! Alte... Ey, nee, die kann nicht über Gelände springen. Nein, das geht natürlich nicht. Geht natürlich nicht über Gelände zu hüpfen. Nein, das ist doch, äh... Das ist doch bescheuert. Das, das, das... Also, ich kann über komische Zäune klettern, aber nicht über Gelände. Und ich kann Berge hochsteigen, aber nicht über Gelände. Das ist echt bescheuert. Ja, hallo Leute. Ich soll eigentlich diesen Jacob da hinten retten, aber ich bin gerade irgendwie voll schwach und so. Ich würde gerne einfach mal Position tauschen. Obwohl... Kann ich Sachen mit ihm tauschen? Hier, äh... 100 Einfluss. Hier habe ich ein... 200 irgendwas. So, warte mal, was macht sie denn? Steigt direkt runter. Kann ich mal eben schauen, was ich hier wie in meiner Tasche habe? Ach, wie süß. Ich habe einen Stock in der Tasche. Wachtturm, keine Nackenwaffe. Ausgewählt. Ja, jetzt hat sie die blöde Waffe da hinten und ich kann... nicht dienzen oder was? Kann ich sie nochmal eintauschen oder so? Das ging doch auch so. Wo war es denn? Müde, wechseln zu. Ja. Ich sollte mal eben irgendwas ein bisschen hier in den... blöden Schrank tun, damit ich, äh... damit ich ein bisschen Ding ins kriege hier. Was ist mit dieser Munition, Kaliber von... Was habe ich denn hier? Was ist das hier? Okay, dann kann ich die hier mal eben verkaufen. Bunkern. Vorrat. Was ist denn? Bunkern. Hä? Böller. Kodein. Einfach mal alles hier reintun. Was ist damit? Warum... Warum ist das so bescheid getrennt voneinander? Das kann ich auch noch wegtun. Den hier würde ich gerne wegtun. So, kann ich jetzt zu Dingens rüberschalten? Zu... Wie heißt sie hier? Wann mal, sie heißt Meier und er ist Markus. Okay. Kann ich zu ihm rüber wechseln? Wechseln zu. Weil er hat ja irgendwie auch nix, äh... Waffenmäßig. Darum muss ich gerade hier so ein bisschen dieses... Bescheuerte hin und her machen. Er hat auch hier zwei so blöde... Dinger, nein. Drei. Kann man maximal drei aufstecken, oder wat? Kaliber 22. Emotion. Blöden Baseballschläger. Hup! So. Was sagt denn meine Tasche jetzt noch? Okay, vier Plätze habe ich hier. Aber das ist ja gerade nicht mein Ziel. Ich soll den Jacob retten, so. Also rette ich den blöden Jacob. Soll ich ihn retten, oder soll ich da einfach nur hin? Keine Ahnung, ich gehe da jetzt einfach hin, so. Mit das gute Auto hier. Oder ich nehme ein kaputtes. Ich nehme doch lieber das alte kaputte da drüben. Voll im Arsch das Ding. Jetzt steigt er ein. Es ist sowieso total eierig und so. Und nicht irgendein Toder. Es ist da auch so eine Horde auf dem Weg zu uns da hoch. Oh, der zerstört. Sehr schön. Ich brauche gar keine Bremse. Nicht wirklich. Kann mich gerade aus dem... Aus dem Lenken. Alter. Mein Auto ist jetzt neu lackiert. Es ist neu gespritzt. Weißt du, wegen Blut und so. Und Spritzer. Und... War bescheuert. Sag mal, wo ist denn der? Hallo? Wo bin ich denn überhaupt? Ach, er ist da hinten am Arsch der Welt. Ich glaube, ich sollte nicht einfach so... Oh, da ist einer alarmiert. Halt die Fresse da drüben. Es füllt automatisch auf... Oh, da sind ja noch mehr. Alter, dass er sich nicht umdreht oder sowas, ne? Mein Gott, halt die Fresse da. Geh doch einfach tot, Mann. Höh! Wieso im Moment aushalten? Alter, wie viele sind denn das hier? Ich wollte doch nur mehr eben was gucken. Scheiße. Weil, ich weiß ja, dass es hinten bei Autos Rückbänke gibt. Fahrzeuglager, ne? Genau. Aber da ist nichts drin. Weil ich schätze, ich sollte mir mal das Auto da grabbeln. Und dann einfach... Ja, nehmt ihr das Auto? Auch wenn das kleiner ist als dein... Cooles, neues Auto. Hey, es sieht aus wie so ein... VW oder sowas. Ah, der ist geil. Der ist richtig geil. Der ist richtig geil, der Ragen. Ey. Der ist richtig speed, ehrlich. So, hallo. Ist jemand hier? Was ist viel geschlagen, hä? Ich hab mich verfahren. Fällt mir grad so auf. Ach so, hier. Oder... Lilly? Lilly? Du hast zuhören, zuhören. Wo bist du? Ja, ich würde mir nicht helfen, dass du dir Hilfe hast. Alter. Geh mal auf die Köpfe. Danke Gott. Ich war zu Beginn, als ich dachte, dass niemand kam. Hey, ich hab dir gesagt, dass meine Freundin nicht mehr brauchen würde, uns sterben. Oh. Jakob? Komm schon, lass uns dich und dein Freund rauskommen. Nein, nein, das ist okay. Du kannst ihn zurück zur Kirche zurück. Ich muss zurück zurück zu meinen Brüdern, bevor sie sehen, dass ich weg bin. Eli, wir haben darüber gesprochen. Ich bin nicht schade, dass du mit dir gesehen hast. Es ist nicht schade. Du wißtst, was Job würde, wenn wir uns zusammengekommen. Dein Bruder ist ein Arschluss. Er ist immer mein Bruder. Aber ich hätte besser gehen. Du kannst ihn zurück zurück. Hm. Du kriegst dein Telefon sicher. Nicht schade, okay? Hey, ich bin jung, schnell und ich habe eine große Rache. Was könnte falsch sein? Oh ja, hier geht's. Ja, mein Bruder ist zu schwer. Wenn ich überhebe, dann kann ich auch mal irgendwelchen Scheiß aus meiner Lutung. Wo ist denn das hier? Kann ich das hier auseinander nehmen? Nein. Ablenkung? Was für Ablenkung? Hallo? Was ist denn das? Ich habe eine Ablenkung für Eli. Was ist denn da? Nein. Jo. Ich bin aufgeladen. Ich sehe dich zurück in der Basis. Ich sehe dich bald. Wollen wir mal reinschauen? Ich weiß ja nicht, ob es hier später noch was gibt. Ich bin bereit. Eine Ablenkung so. Ja, nimm das mal mit. Alles was geht hier. Hab ich irgendwelche Böller? Ja, hab ich. Wie verwende ich die denn? Wenn wir jetzt zurückgehen... Das sollte sein. Keine Hause zurück. Sehr schön. Ich nehme mein neues, cooles Auto. Oder soll ich diesen hier nehmen? Obwohl, vielleicht ist noch irgendwas drauf. Nein. Ich nehme meinen neuen. Mit einem komischen kleinen Golf oder so. Wey. Er hängt bei uns vorne drauf. Oh Gott. Jetzt bitte, schau dir in die Hände, dass du ein Idiot bist. Also, äh, ich habe dich nicht gesehen in der Kirche. Ich glaube, du kannst sagen, ich bin neu in der Stadt. Ich meine, er hier ist der einzigste, der noch überlebt. Oder lebt. Ouh! Was ist das denn? Wie geht's nach Hause hier? Wie geht's? Wie fahre ich mich jetzt zu Brei? Er ist mir raus und wieder im Arsch. Was wäre das? Alter, da ist ein Kieselsteinchen. So ein ganz kleiner. Da kann ich nicht rüberfahren. So. So. So, mal gucken. Mein Auto hört sich jetzt schon nicht mehr so richtig toll an. Ach, ich habe Tasche voll. Fällt mir gerade so. Ach, nee. In meinem. Ich kann doch Sachen hinten, hinten deponieren. Was habe ich denn? Was habe ich denn? Kaliber-Dingens. Vorrat. Ja, schnell. Kannst du die Dinger da eben zusammenschlagen? Mein Gott. Geht das Ding irgendwann auch mal kaputt? Achso, hier sind ja auch noch Sachen. Ja, das wollte ich... ...wenn ich gerade gucken. Was ist das denn, Baumaterial? Aha. Ach, warte mal. Kann ich das hier nicht hinten... ...reintun? Ach, stimmt ja. Guck, 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 guck. Ach, was bin ich denn? Ein doof Cop. Ich kann das doch alles hier rein... ...dingens nur. Merke ich gerade so. Brauche ich auch nicht tausendmal zurückkommen. Ich bringe das Ding nach Hause. Wir werden bereit sein. Hallo? Hallo? So, einmal kann ich noch... ...vielleicht ist hier noch was. Da ist noch ein Teil irgendwo. Da unten. Ach, nichts mehr da. Sehr schön. Was war das hier noch? So eine Leiste, ne? ...wird mir noch sinnvoll sein, aber nicht jetzt. Ich möchte meinen blöden Baseball-Schläger tauschen... ...gegen... ...schmierer Waffe, Hiebwaffe. Was ist das denn hier? Schlagwaffe. Ach, da steht wie... ...der Zustand der Waffe ist. Dann nehme ich doch erstmal... ...dieses hier. ...dass ich die reparieren kann später oder so. Ich weiß halt ja nicht. So, jetzt fahren wir zurück. Ist eine Zeit. Ich hoffe, ich kann die Sachen irgendwann reparieren. Das wäre ganz cool. Ah, ich bin blöd. Ach, da geht's hoch. Oh, was hast du denn? Oh, du weißt, was... ...hat er jetzt alles da reinge... äh, hingebracht? Ah, außer die Munition hier. Dann kann ich ja hier mal ein bisschen was Dingenschen... ...abliefern. Ach, guck, die finden selbst Sachen mit der Zeit. Huch, was passiert jetzt? Was warst du jetzt? Du wißt, niemand muss da alleine rausgehen. Willst du es bitte, gib ihm ein Rest. Du bist nicht, Mom. Und besides... ...I wasn't alone. Wie warst du mit Eli Wilkerson wieder? Das ist keine Ahnung. Ich glaube nicht, du wißt du ihn. Du wißt, was seine Familie ist. Eli ist nicht seine Familie. Just... ...be careful, okay? Ich habe dich zurück. Ich habe dich zurückgekommen. Hey, hast du gesehen Dad recently? No, der letzte ich sah ihn, ...he war nach dem Meer zu suchen, um ihn zu sehen. ...he war nach dem Meer zu suchen. So late, huh? Hm. So, jetzt möchte ich aber trotzdem nochmal an den scheiß Kühlschrank hier. Und an meine kleinen, komischen, dummen Schätze reinzutun. Ich weiß nicht, ich glaube, den Baseballschläger behalte ich erstmal. Munition. Ah, schneller. Schlaf einen dabei, ehrlich. So, und die hier will ich erstmal raustun. Was ist das hier? Achso, Böller. Die finden mir derzeit Sachen selbst. So wie ich das mitgekriegt habe. Oder so. Oder war das jetzt durch die Sachen, die ich da mitgebracht habe? Verstehe ich nicht. Nicht so richtig. Ja, was mache ich jetzt hier? Hallo. So, jetzt soll ich erstmal irgendwas gucken, glaube ich. Oder so. Was ist denn? Das ist Jacob. Also, das ist wahrscheinlich seine, äh, seine, ihre, seine, jetzt komme ich wieder durch hin. Das ist ihr Bruder. Okay. Was wollt ihr tun, huh? Hm. Ich würde gerne nochmal eine Runde rausgehen.